Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich finde, solange ich mit ihr rede, ist er nicht tot. Vielleicht solltest du das auch machen. Ben in dein Leben zurückholen, mit ihm reden. Ben? Oh Gott, das geht nicht. Hallo? Ich habe eine SMS bekommen mit dem Gedicht, das ich dir vorgelesen habe. Ist das nicht ein krasser Zufall? Lustig. Ihr kriegt ja so komische SMS von irgendjemanden. Das ist irgendeine Olle. Alter, ich habe da keinen Typ. Wäre genau das Richtige für dich. Jetzt mal ein Profil. Ich glaube, ich bin mit dem Tibber durch. Ab wie viel Treffen vögelst du? Wahrscheinlich gibt es für ihn nur einen. Ich hatte meinen schon. Schreib mal drei. Das ist sie. Habe ich doch geahnt. Wer ist sie? Klara. Das ist die Klara. Essen Sie? Also nicht generell, eher speziell. Ich meine mit mir. Würden Sie mal? Ja, perfekt. 18 Uhr. Bis gleich. Ich freue mich auch. Er war schon sehr seltsam. Seltsam heißt nervös. Nervös heißt interessiert. Das ist gut. Denk bitte an deine Datingbehinderung. Stell keine deiner behämmerten Fragen. Was wärst du wohl für ein Tier? Tier. Mhm. Du musst es ihr sagen. Das geht doch nicht. Du schwärmst für eine Frau, die ewig lang SMS an ihren toten Ex-Freund oder weiß ich nicht wen schickt. Sie berührt mein Herz. Sind Sie verliebt? Ich kann doch jetzt nicht immer, wenn ich jemanden küsse, davon traurig werden. Wenn ich jetzt für den Rest meines Lebens traue ich. Die sind bei mir gelandet. Die hab ich willkommen. Die haben was mit mir gemacht, die SMS. Bernd hat sich benommen wie ein Arschloch, weil er mich nicht wollte. Schlechtes Arschloch, gutes Arschloch sind unterschiedlichste. Schlechtes Arschloch